Hi ho und willkommen zurück meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu A Game of Dwarfs. Jo, ich starte wieder direkt aus dem MIP-Haus, weil in der Übersichtskarte haben wir eigentlich nicht viel zu tun. Also kann ich die zwei Minuten mir sparen. Wir haben ja am Ende der letzten Folge unglücklicherweise ein unserer Kriegerzwerge verloren. Und ich wundere mich gerade, dass die Zufriedenheit auf neutral ist. Mal gucken, ob sie gleich steigt, wenn ich wieder die Pause weg mache. So, das müssen wir kompensieren. Einen neuen Jungzwerg dafür haben wir schon mal. Oder wollte ich den zum Wissenschaftler machen? Ich komme ja am besten nochmal gleich einen Jungzwerg. Lass einfach alles weiterlaufen. Aber so wie es aussieht, ist die Zufriedenheit... Ah, so auch sie steigt. Gut. Das wäre jetzt sonst ein bisschen blöd gewesen. Und ja, wir haben auch überall Löcher in unserer Festung. Was auch nicht so toll ist. Hier war nichts mehr. Also können wir die beiden Leitern... ...hier verkaufen. Und hier mal den Thronsaal dicht machen. Und hier auch gleich... ...einen Stein setzen. So, da habe ich gesagt, will ich mit Obsidian auskleiden. Ich könnte noch Dekoration aufstellen. Nein, nicht Wandleuchter. Dekoration nämlich... ...zwei von denen hier. Und dann die Truhen hier rüber verschieben. Zwei Forschungspunkte... ...machen wir mal die Spezialisierungen jetzt. Weil die brauchen wir auch, um in Richtung Soldatenkultur... ...und vor allem in die beiden zu kommen. Dass wir kampfstärker sind. Übungspuppen bauen, Fallen bauen... ...das dürften wir alles noch hinkriegen. So, ich würde gerne jetzt erst einmal hier weiter graben. Das wäre erst mal das obere Tor. ...ein bisschen frei bekommen. Dafür schnappe ich mir jetzt... ...alle Gräber, die wir haben. Wo ist der dritte? Da. Die dürfen dann jetzt hier... ...simultan graben. So. Wir hätten genug... ...genug... ...genug... ...gold und Stein, um... ...ein paar bessere Betten zu bauen. Nämlich solche hier. Hey, da ist sogar Gold. Und da scheint wieder... ...üban und Digium im Weg zu sein. Also kann ich... ...die hier gleich mal löschen. Weil jetzt müsst ihr runtergraben. So, als nächstes bräuchte ich noch einen Tisch... ...hier... ...dan kann ich nämlich schon mal hier eine Art... ...Vorposten einrichten, sozusagen... ...dass wir da in die Richtung weiterkommen. ...ähm... ...so. So. ...ne Leiter. Ich glaube, wir graben uns jetzt langsam... ...hier in... ...das Gebiet hier runter. Da oben will ich nicht hin. Ich will erst mal... ...hier die... ...neun Betten... ...an die richtige Position bringen. Und dann habe ich gesagt... ...baue ich einen Tisch. Tisch. Kleiner Tomalin-Tisch... ...oder Festtags... ...Festtagstisch. So. Mhm. Und später geht es halt hier unten weiter. Gut. Du wirst, wenn du Level 5 bist... ...gleich zum... ...Nahkämpfer, glaube ich. Ja, Nahkämpfer. Da haben wir einen verloren gehabt. So. Jetzt brauche ich aber erst mal den Tisch... ...für die Bergarbeiter. Und dann geht es noch eine Etage weiter nach unten. Ein paar Goblins. So. Äh... ...euch mal alle Rücken zurückziehen. So. Oh, die Leiter war wieder verkaufen. Ich hoffe mal, sie porten sie... ...sie sehen keinen Grund... ...sie hoch zu porten. Also höher als hier hin. Sonst muss ich nämlich gucken... ...dass ich mein Zeug in Sicherheit bringe. Nein, im Augenblick porten sie sich... ...nur wild dort in der Gegend rum. Aber das ist... ...nicht so schlimm. So, du bist immer noch Stufe 4... ...du bist Stufe 3. Würde ich sagen... ...geben wir meinen Bauarbeitern... ...äh, meinen Bergarbeitern... ...mal die Aufgabe... ...hier weiter zu graben. Am besten, wenn es geht... ...großflächig in beide Richtungen... ...mal... ...hier ein bisschen... ...frei zu machen. Äh... Achso, der ist jetzt da oben. Ja gut, von meinen... ...betten wollen die irgendwie nichts. Damit kann ich jetzt zur Zeit... ...ganz gut leben. So, zwei Punkte. ...auf dem Boden schlafen... ...nein Schwert aus Bildung. Wie sieht das eigentlich mit Holz... ...mit Pflanzen und so aus? Da gibt es nichts Neues. Da gibt es nur Radieschen. Radieschen habe ich aber... ...glaub ich schon angepflanzt. Hier. Ja. Gut. Errichte ich mal... ...hier zwei Blöcke... ...dass wir das Schlafzimmer... ...mal zumachen können. So wie ich ja auch... ...den Bereich hier jetzt... ...abgetrennt habe. Oh! Und es greift doch einer... ...meine Betten an. Das ist nicht so schön. Dann wird hier jetzt mal... ...großflächig evakuiert. Bis wir unser Militär mal... ...reinbringen... ...können. So. Hedge, bitch. Der da... ...könnte ein Problem sein. Stufe 4... ...Stufe 4 noch. Der braucht noch ein bisschen. Bereiten wir für den... ...schonmal alles vor. Wo ist mein... ...Handwerkszwerg? Achso, da. Der kriegt jetzt... ...zwei von den... ...Trainingspuppen hier... ...spendiert. Und darf dann... ...den trainieren... ...bis er Level 11 ist... ...wie die anderen... ...und dann gehen wir... ...Goblins schlachten. Der hier... ...braucht nur noch... ...4 Tick... ...ne... ...mehr als 4. Jetzt braucht er noch... ...5 Ticks, genau. Du kannst dich ja... ...bei den ausruhen... ...das macht ja nichts. Und hier haben wir... ...ziemlich großen Raum... ...als Ausgangsbasis. Wollen wir mal weiter... ...in die Richtung... ...und noch ein Stück weit... ...in die Richtung... ...bei runter... ...kommen wir von hier aus... ...nicht wirklich bis jetzt. Ich mein, bis jetzt sind immer nur die... ...das Odigio im Weg. Jo. Noch zwei Ticks. Die Jungs kommen wenigstens gut... ...mit dem Forscher voran. Oh, ein bisschen Tomalin... ...auch nicht schlecht. Aber ja, meine... ...Bergarbeiter kommen gut voran... ...das finde ich... ...sehr gut. Noch ein Tick. Ich hätte ihn ja schon längst... ...zum Soldaten machen können. So, Militär. Und da rein, bitte. Und dann am besten... ...gleich zum Kämpfer machen... ...dass du besser wirst. ...zum. So. So, hier sind wir fast... ...wieder beim... ...nächsten Raum angekommen. Hier müssen wir noch... ...einmal durchbuddeln. So, ich höre wieder... ...teleport... ...sich teleporti... ...das finde ich nicht so nett. Da müssen jetzt... ...die Jungs eingreifen... ...bevor er sich in unser Labor portet. Nicht, dass die beiden... ...auf dieselbe Idee kommen. Das wäre auch nicht so schön. Ich glaube, ich gebe denen mal... ...die Gelegenheit... ...einfach die... ...Goblins hier auszuschalten. Ich soll sie nicht direkt... ... immer hin und her porten. So. Jetzt bewirf sie. So. Das klappt besser. Wehe, ihr... ...spackt jetzt wieder rum. Das gibt es doch nicht. So. Die sind weg. ... ... ...